Hier sehen Sie den GGS 28 CE und den GGS 28 LCE Professional von Bosch, die robusten Geradschleifer für universelle Schleifarbeiten. Der GGS 28 CE Professional überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und seinem geringen Gewicht. Der GGS 28 LCE Professional kommt mit seinem langen Spindelhals auch an engen Stellen, zum Beispiel in Rohre. Der GGS 28 CE Professional ermöglicht eine exzellente Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Außerdem überzeugen beide Schleifer mit ihren kraftvollen Motoren und bieten Ihnen somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Der Kickback Stop erkennt ein blockierendes Schleifstifts automatisch und schaltet die Maschine sofort ab. Überzeugen Sie sich selbst vom GGS GGS 28 CE und vom GGS 28 LCE Professional, die robusten für universelle Schleifarbeiten.